Der Nauke Der Nauke Der Nauke Der Nauke Kinder, passt auf, der Zug ist da. Seid ihr alle da? Ja, Vater. So, da hinten nicht so drängeln, was sind doch hier nicht manche Quetzkartoffeln? Na, 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 sagte die Männeken, sonst können sie mal manch meine Szenjauersen, die Ratten verstehen sie. Aber laufe. Halt den Schnabel, Mutter. Kinder, seid ihr alle da? Ja, Vater. Also, dann abfahren. Donnerwetter, ist das Coupé hier voll. Da ist ja eine vollgepropfte Sardinenwixchen-Rena-Warte-Sola in der Gegend. Die hier in der Ecke, die hätten auch ihren dicken Bauch zu Hause lassen können. Sie nehmen ja gleich drei Plätze ein. Was waren Sie? Das geht mir nicht an. Ich werde Ihnen gleich sagen, was mir was angeht oder nicht angeht. Stecken Sie mal bloß keine Bilder raus, sonst gibt es nicht auf die Gießkalle. Das ist das Graswachsen, Herr. Aber laufe. Halt den Schnabel, Mutter. Kinder, wir sind im Grunewald. Du Mutter, vergiss nicht die Schulen. Ah, jetzt nur Kinder, wie die Fritte quaken. Schwerst die Ohren auf, das kostet den Entree. Vater, wir wollen gerne raus, selbst fahren. Was wollte das Karussell fahren? Mutter, den Knall machen wir mit. Und wenn's noch so teuer ist, von 6. Weh mal rum. Ja, es ist fernlich, es ist gelegen. Du bist ein Berliner von Dachfliegen. Ja, es ist fernlich, es ist gelegen. Du bist ein Berliner von Dachfliegen. 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 Übers airlines. Dachfliegen. 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 Vielen Dank.